Jo Gerner, Wolfgang Barrow, hat erst kürzlich bei GZSZ erfahren, dass er der Vater von Zwillingen ist. Aus einer früheren Beziehung stammen ein Sohn und eine Tochter. Eigentlich wollte er nichts mit den beiden zu tun haben, doch mittlerweile hat er seine Meinung geändert. Seine Tochter Mathilda, Anna-Katharina Fächer, arbeitet wie er als Anwältin und hat sich bei Female Cubic beworben. Als die beiden ins Gespräch kamen, war er sofort begeistert. Seitdem will er weiter mit ihr Kontakt knüpfen. Doch sie ahnt noch nicht, dass Gerner ihr leiblicher Vater ist. Jo Gerner trifft sich mit seiner Tochter Mathilda. Jo möchte seine Tochter unbedingt besser kennenlernen. Ich werde mit Mathilda zum Lunch gehen. Katrin hat das arrangiert, erzählt er stolz seiner Frau Yvonne, Gieser-Zach. Doch das GZSZ-Urgestein will nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Die Nachricht, dass ich ihr Vater bin, wird sicher ein Schock für Mathilda. Ich will das vorsichtig angehen. Yvonne findet jedoch, dass Jo schnellstmöglich Klartext sprechen soll. Wenn du noch lange wartest, wird deine Tochter dir das richtig übel nehmen. Mathilda über ihren Vater. Ich weine ihm keine Träne nach, beim Lunch erzählt Jo Mathilda offen über seinen verstorbenen Sohn Dominik, Raul Richter. Wir hatten leider nicht viel Zeit miteinander. Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Woraufhin auch Mathilda private Details enthüllt. Mein Stiefvater hat sich nie besonders für mich oder meinen Bruder interessiert. Als Jo nach ihrem leiblichen Vater fragt, antwortet sie knallhart, es ist mir egal. Es interessiert mich nicht. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich weine ihm keine Träne nach. Harte Worte. Wird Jo ihr trotzdem die Wahrheit sagen? Das zeigt sich wohl erst in den nächsten Folgen. aber das ist nicht so weit fruition. Vielen Dank.